was hat er denn für leuchtende augen was soll ich jetzt machen begeben sie sich zum ost an kino fernsehturm und platzieren sie das raketensystem okay ich hoffe echt wir kriegen das gute ende zu sehen ich bin echt gespannt was wir zu sehen bekommen jetzt also ja wir sollen da einsteigen natürlich immer die gleiche alte geschichte du rettest die welt während du knietief in der scheiße steckst und keiner interessiert sich dafür retten wir die welt letztes kapitel miller und ich verließen den zug und kletterten den tunnel zum korlew theater hoch der ost an kino fernsehturm war jetzt nahe auf vereisten straßen trafen wir die anderen ranger in dem wilden kampf mit dem eine geschichte begann hier sind wir wieder ruhig bleiben achtet auf eure kehrseite jungs oh scheiße ich fühle mich gerade wieder ich habe schon wieder zuerst geschossen ich wiederhole sich alles oh Gott stillung halten Wo sind sie? Ah, du Scheißvieh. Ich könnte nicht mal... Oh, Scheiße. Ja. What the fuck. Da sind sie wieder. Nein, 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 ich will hier weg, ich will hier weg. Oha, oh, ha. Wow. Immer wieder beeindruckt, was diese kleinen Karten schaffen. Oh. Okay. Oh, Scheiße. Oh. Hoch. Ja, so halbwegs. Ich doch nicht. Vor links. Vor rechts. Wow, verdammt. Los, 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 los. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wow, was war das denn für ein Flug? Ah. Ah. Scheißviecher, scheißviecher, scheißviecher. Verdammt. Wir wich Psalmen. Schnell. Auf hier! Los! Artyom, das ist doch nicht alles! Hör auf! Hör auf! Oh fuck! Versuchen sie Fallen zu meinten, wenn sie gegen Leute kämpfen, also langsam wird's lächerlich. Wir haben nach Artyom! Bleib bloß nicht sterben! Von links! Von rechts! Los Artyom, komm schon! Ich bin hier! Hässliche Michtviecher sterbt! Oh, sterb doch! Los, 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 los! Oh Gott, oh Gott, ganz kurz! So, okay. Okay. Es ist so warm hier drinnen geworden. Los geht's! Los geht's! Alles klar! Los, 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 los! Ja, ja, ja. Ich bin hinten dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind alles zu viele. Wir haben keine Chance. Steht mir jetzt nicht weg, Freundchen. Oh verdammt, oh verdammt. Es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Ja, 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 ja. Warum bleibst du jetzt schon wieder stehen? Ich hab gedacht, wir sollen nicht stehen bleiben. Ich habe nicht gewollt. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht ehrlich, aber ich bin nicht gut von mir. Ich habe eine ganze Zeit. Ich bin nicht richtig göttlich. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht neugierbar. Ich bin nicht stabil. Ich bin nicht Geschirr. Kommt her, kommt her, wir Mistbrücher. Boah, verdammt. Boah, bist du hässlich. Nein, ich hab keine... Ich brauche Munition. Verdammt, 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 verdammt. Alles klar. Los, 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 los. Das kenne ich doch irgendwoher, dass die Munition fehlt. Nachladen. Die jetzt leise. Los. Oh, verdammt, was. Das ist nicht gut. Brauche ich irgendeine Waffe, die Munition hat. Was? Nein, ich... Oh Gott, wir haben sie kennengelernt. Oh. Leider gesangt als Kinder. Gut, ich habe eine Idee. Kletter auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Das klingt nach einer sehr gefährlichen Aktion. Komm schon. Nein, los. Komm schon. Geh zu einem Meer, haben sie gesagt. Das macht Spaß. Der Aufzug brachte uns zur Spitze des Turms. Jahrzehnte wurden von hier aus Nachrichten gesendet. Aber ob die Neuigkeiten von heute gut oder schlecht sein würden, das hing nur von uns ab. Sobald wir das Leitsystem installiert hatten, war unser Auftrag beendet. Aber Pläne gehen nun mal schief. Macht euch bereit. Jetzt wird das Heft geschehen. Wow, verdammt. Ah. Was war das? Wow. Ein wenig hoch. Ein bisschen sehr hoch. Bist du okay, Artyom? Ja, so halber. Bisschen Schädelbrummen. Fantast. Oh Mann, bitte kommen. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wunden umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung. What the fuck? Okay, okay, okay. Okay. Wow. Weg mit dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er kriegt mich, er kriegt mich, er kommt endlich ran. Oh Gott. Wo soll ich denn jetzt lang? Da? Hinter dir, Artyom! Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist eine Treppe in deiner Nähe. Komm hoch! Wow. 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 Ich bin da. Gut gemacht. Haha. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Je noch weiter hoch. Oh verdammt Scheiße. Du musst so hoch klettern wie du kannst und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Ich will dich. Okay. Sollen wir da rein? Nein. Sollen wir dann jetzt machen? Wieder das Gegengewicht irgendwie ab? Nein. Was? Es ist hier kein Weg. Ah, okay, ja. Direkt vor meiner Nase. Okay. Überall solche Ritzen. Ich glaub, da ist irgendwo noch ein Vieh. Und da häng ich. Hallo, da bin ich wieder. Wo ist denn hier ein Weg? Ich seh keinen Weg. Da. Oh Gott. Was? Was zur... Sowas, 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 sowas. Genau sowas. Das hab ich vorhin erwartet. Oh Gott. Ah, ah, ah. Kletter doch. Kletter doch. Adjom. Adjom. Du schaffst das. Ah, kann schon... Ah, mein Finger tut weh. Ah, ich drück doch I. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ohohoho. Fuck. Okay. Okay, nochmal. Weiter nach oben. Na. Ah, okay. Er ist hier. Er ist hier. Er bringt den Tor. Zerkommen, Adjom. Irgendwas blockiert das Signal. Er kommt um uns zu zerstören. Was? Ich will euch doch nicht zerstören. Ja, ich will doch noch mit dir. Ich bin aber auch mit dir. Er ist hier. Ok. Drei. Ich bin hier.